Am Höhenzug Stanglalm-Hochpürstling auf einer Seehöhe von 1440 bis 1483 Metern wurde ein Windpark mit neun Windkraftanlagen mit je 100 Metern Nabenhöhe und 92,5 Metern Rotordurchmesser errichtet. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung eines solchen Projekts bedürfen einer intensiven Planung. Einige bautechnische Begehungen und Transportstudien waren erforderlich, um die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens möglich zu machen. Bereits im Rahmen der Planungsphase konnte Prangl überzeugen und das Vertrauen sowohl des Betreibers als auch des Windkraftanlagenherstellers gewinnen. Wichtig war vor allem das gesamte Leistungsportfolio von Transport, Logistikumschlag und Krantechnik aus einer Hand anzubieten. Die Vermeidung von Schnittstellen kann bei solch einem schwierigen Unterfangen von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung sein. Mittels Schwertransportern wurden die Maschinenhäuser 69 Tonnen Einzelgewicht, die Naben 18,9 Tonnen Einzelgewicht und die Rotorblätter 9,7 Tonnen Einzelgewicht von Deutschland nach Österreich transportiert. Die Turmsegmente, fünf Stück je Windkraftanlage, kamen aus Tschechien. Die Stahlsegmente wiesen Gewichte zwischen 26,5 Tonnen und 60,5 Tonnen auf und hatten Längen von 16,8 Meter bis 20 Meter. Alle Komponenten wurden am Umschlagplatz in Stanz, entsprechend einem eigens durch Prangl entwickelten Logistikplan, zwischengelagert. Für den Umschlag kamen ein 220 Tonnen Teleskopkran und ein 100 Tonnen Teleskopraupenkran zum Einsatz. Im Pendelverkehr wurden sämtliche Komponenten mittels Allrad-LKWs und Schwerlastmodulen zu den jeweiligen Montageplätzen transportiert. Aufgrund von Steigungen bis zu 17 Prozent musste eine zweite Allradzugmaschine als Vorspann eingesetzt werden. Allrad Um dem Naturschutz Rechnung zu tragen, wurden für die Flügeltransporte keine herkömmlichen Transportgarnituren eingesetzt, sondern selbstfahrende Schwerlastmodule mit einer speziell entwickelten Flügeltransportvorrichtung. Die 45,6 Meter langen Rotorblätter konnten so von der 0-Grad-Transportposition vor engen Kehren und Kurven auf bis zu 60 Grad hochgestellt werden. Dadurch konnten die Adaptierungsmaßnahmen für die Bergstraße und Wege auf ein Minimum reduziert werden. Nicht nur war damit dem Naturschutz und Landschaftsbild geholfen, sondern konnten dem Betreiber so auch Kosten gespart werden. Die Fahrzeit der 16 Kilometer langen Strecke dauerte bis zu vier Stunden und erforderte höchste Konzentration. Die Fahrzeit der 16 Kilometer langen Strecke dauerte bis zu vier Stunden und erforderte bis zu vier Stunden. Aufgrund sehr beengter Platzverhältnisse war es nur sehr eingeschränkt möglich, Anlagenteile temporär auf den Kranstellflächen zu lagern. Die Komponenten mussten daher weitestgehend just in time angeliefert werden. Dies wiederum erforderte eine optimale logistische Abstimmung zwischen allen Mitgliedern des Prangel-Teams. Die Entladung am Berg als auch die Errichtung der Windkraftanlagen wurde mit einem 600 Tonnen Gittermastkran mit 102 Meter Hauptausleger plus 12 Meter fester Spitze und einem 120 Tonnen Teleskopkran bewerkstelligt. Für die Umsetzung zwischen den Windkraftanlagen kamen noch zusätzliche Transporteinheiten, ein 100 Tonnen Teleskopkran und ein 6 Tonnen Teleskopstapler zum Einsatz. Schwierige Witterungsverhältnisse, Schneefälle, schwere Unwetter und Hochwasser stellten alle Beteiligten noch zusätzlich vor große Herausforderungen. Aufgrund der optimalen Planung, der konsequenten Abstimmung mit allen Beteiligten und der raschen Reaktion konnte das hochflexible und motivierte Prangel-Team alle Aufgaben mit Bravour meistern und zur vollsten Zufriedenheit umsetzen. Das Projekt wurde im Zeitplan und zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgewickelt. Untertitelung des Zufriedenheit